Ich bin Anja Zeidler und Leiterin des Testzentrums Jägerallee. Dies ist nur eine von mehr als 25 Teststellen in Potsdam. Und ich bin froh, dass wir mittlerweile so viele Testmöglichkeiten für unsere Einwohner haben. Denn neben dem Impfen ist das breite Testen eine wichtige Maßnahme, um die Corona-Pandemie weiterhin einzudämmen und den Menschen mehr Sicherheit zu geben. Der Test ist unkompliziert, schnell und für Sie völlig kostenfrei. Und nach 15 Minuten erhalten Sie Ihr Ergebnis. Also machen Sie mit und lassen Sie sich jetzt testen.